Ja, moin meine Hübschen, herzlich willkommen hier zu einem kleinen Ankündigungs- bzw. Informationsvideo. Ich halte es auch sehr, sehr kurz, denn im letzten Video haben wir schon einiges darüber gesagt. Meine Vermutungen scheinen sich tatsächlich zu bestätigen, denn es ist so, Blizzard hat bereits bekannt gegeben, wann die 10. Season endet und wann die 11. beginnt. Da sehen wir hier schon, ich habe es eingeblendet ganz schnell, bzw. in Europa, ich beziehe mich jetzt einfach auf den europäischen Server, denn Nordamerika und Asien sollte uns hier in dem Fall eigentlich relativ egal sein. Die 10. Season endet am Freitag, dem 23. Juni um 5 Uhr bzw. 17 Uhr abends, oder mittags, nachmittags. Und ja, und anders als gewohnt ist es nicht so, dass ein, zwei Wochen dazwischen liegen zwischen der nächsten Season, bzw. zwischen der alten und der nächsten. Denn wir sehen, die 11. Season beginnt erst am 20. Juli um 17 Uhr, ein Dienstag. Sehr, sehr kurios, sehr, sehr anders muss man sagen. Denn bisher war es immer so, dass die Seasons am Freitag gestartet wurde, um, ich weiß gar nicht, 17 oder 18 Uhr. Ist in dem Fall nicht der Fall, denn diesmal wird es ja Dienstag sein. Und das weitere Kuriose dabei ist einfach, dass 27 Tage dazwischen liegen. Bisher waren es immer 10 bis 14 Tage, ist wie gesagt immer unterschiedlich gewesen in den letzten Seasons. Aber diesmal, das erste Mal seit es die Season gibt, wird quasi 27 Tage keine Season existieren. Warum, wieso, wieso sollte jeden einleuchten? Also selbst der dunkelsten Kerze da draußen, äh, sollte ein Licht aufgehen, denke ich. Ähm, dass da wohl der Necromancer kommt. Man, Blizzard hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, ne. Ähm, aber es wird meiner Meinung nach dazu kommen. Und würde auch dazu passen, warum diesmal Dienstag startet. Denn, ähm, man hat da noch viel Zeit zu patchen, ne. Weil, bisher war es halt immer so, wir sehen es auch unten, äh, Note, äh, Season 11 will begin on a Thursday to ensure there is a adequate time to respond to potential issues, äh, with seasons before the weekend begins. So, das heißt, äh, falls es noch irgendwelche Bugs geben sollte, wenn die elfte Season, ähm, die elfte Season, also es ist jetzt nicht die erste oder zweite, ne. Blizzard sollte normalerweise, wenn wir sagen würden, okay, da kommt kein Nekro, dann sollten sie das relativ relaxed gelassen sehen, ne. Aber sie sagen auch hier, wir machen das mit Absicht an einem Dienstag, um da noch, äh, auf Fehler, die passieren könnten, frühzeitig zu reagieren, damit die Leute halt, äh, am Wochenende die Season richtig gut genießen können. Und das halte ich persönlich schon für eine Möglichkeit, ähm, wo man sagen muss, ja, es könnte da vielleicht der Nekro kommen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, also, ich denke, wir sollten nicht mehr ganz so lange warten müssen. Und, ähm, ja. Nochmal sorry für das letzte Video, wobei, was heißt sorry, das ist auch so übertrieben, ne. Da haben sich viele aufgeregt, ah, Clickbait, oh mein Gott, Krax, der hat das reingeschrieben, dass da, dass da ein Preis drin steht, ein, ein, äh, ein, was noch? Ach, das Datum, wann er veröffentlicht wird. Ja. Meiner Meinung nach, ne. Da gab's viel, viel Hate, aber gut, ist halt so. Ähm, kann ich mit leben, ne. Ich hoffe jetzt hier in diesem Video, hab ich euch etwas beruhigt. Die Gemüter sind wieder runtergekommen. Wir werden sehen. Naja, ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wenn ich was Neues finden sollte, dann, äh, sag ich euch natürlich Bescheid. Ich hab schon wieder ein paar gute Builds gefunden für Nekro. Den wollt ich jetzt nochmal reinschnuppern, nochmal durchtesten. Und dann gucken wir uns das mal an. Und dann sehen wir uns eventuell sehr, sehr kurzfristig wieder hier auf dem Kanal. Schönen Abend noch und ciao.